Werte Zuschauer, es ist mal wieder Zeit für ein neues fast aufgeflogen Video, in dem ich euch eine wunderbare, fröhliche, witzige Geschichte erzähle über jemanden, der beinahe aufgeflogen ist. Der liebe Lemi hat auf grower.ch etwas gepostet, was ich unbedingt mit euch teilen möchte. Beginnen wir nun mal. Circa vor zwei Monaten ergab sich die Begebenheit, dass die Polizei vor unserem Haus ein Auto mit östlichem Kennzeichen und zwei Personen drin gestellt und näher in Augenschein genommen hat. Ich habe anfänglich nur den geparkten Streifenwagen wahrgenommen und mal so interessehalber aus dem Fenster gelünzt. Schon bald war die Verstärkung zugegen und so sicherten vorerst drei Hüter das Auto mit seinen zwei Insassen. Ich dachte mir noch, was denn für eine Nummer das sei und was die Jungs wohl verbrochen haben müssen, dass so ein Sicherheitsaufgebot aufgefahren wird. Da traf auch schon die dritte Streife ein, die einen Hund mitbrachte, welcher natürlich sofort um das Auto herum zu schnüffeln begann. Ich kann euch sagen, es ist ein eigenartiges Gefühl, vor dem Haus ein kleines rollendes Einsatzkommando mit einem Eduard an der Leine zu sehen und zu wissen, dass keine 20 Meter diagonale Luftlinie davon die Box die gefilterte Luft aus dem Haus bläst. So ein bisschen mulmig war mir schon. An dem Abend bin ich aus verständlichen Gründen auch etwas später aus dem Haus, um mich mit meinen anderen Hanf-Enthusiasten-Freunden zu treffen. Es wäre wohl gar nicht gut gewesen, wäre ich gerade just und unvorbereitet mit fünf vorgegrindeten Filmdöschen mit verschiedenen Sorten in der Tasche aus dem Haus gedackelt gekommen, um zu treffen der Dampffreunde zu gehen, solange die kalte Nase am Werke war. Das ganze Karussell brauchte mehr als eine geschlagene Stunde, um von dannen zu ziehen. Natürlich nicht ohne die schweren Jungs zu eskortieren. Ich habe nicht alles beobachtet, denn nichts wäre auffälliger, als noch eine Gaffa zu markieren. Ich war aber unendlich froh zu wissen, dass mein AKF fast noch neu ist und daher größtmöglichen Schutz bietet. Notiz an mich, demnächst Reserve-AKF zulegen, sodass ich in ca. einem Jahr diesen schon zur Verfügung habe, sollte es schon nötig sein. Die Dinger sind ja luftdicht verschweißt und verlieren nicht an Wirkkraft. Als Fazit zu dieser Story kann man nur sagen, dass es unfassbar sein muss, wenn man aus dem Fenster guckt und einen Drogenspürhund sieht. Währenddessen man in seiner Wohnung oder im Haus einen Grow am Laufen hat. Das muss einem dann schon eiskalt den Rücken runterlaufen. Da möchte man sich lieber nicht reinversetzen in diese Lage. Aber das zeigt alles, wie wichtig Geruchsfilterung ist und wie wichtig der AKF ist. Vielleicht sogar Reserve-AKF zulegen, falls damit mal was passieren sollte. Man weiß ja nie. Ein AKF ist nicht teuer. Je nach System zwischen 80 oder zwischen 50 und 200 Euro, da ist die Spanne nach oben ja so ziemlich offen. Allerdings ist das relativ wenig Geld im Verhältnis dazu, dass es einem schon den Arsch retten kann. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat die Story ein bisschen gefallen. Ihr könnt ja mal darüber diskutieren in den Kommentaren. Über Feedback bin ich natürlich auch sehr froh. Positiv sowie negativ. Und wehe, es macht wieder jemand Werbung in den Kommentaren. Der wird sofort gebannt. Judi, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.